Musik Im Oktober 2013 fahren wir mit der schönen Europa 2 auf den Weg ins östliche Mittelmeer. Es wird eine Reise sein zwischen Tradition und Moderne, eigentlich eine Kreuzfahrt zur Wiege der Kultur und auf Spuren eindrucksvoller Natur. Wir werden dort Istanbul, Piraeus, Santorini und auch Rodos besuchen. Damit bereist Europa 2 die schönsten und mit Sicherheit die eindrucksvollsten Städte der Ägäis. Unter anderem fahren wir auf Piraeus mit der Europa 2 ein. Meinen Gedanken die quirligste Hafenstadt von Griechenlands und in der Tat ist Piraeus die drittgrößte im Mittelmeer. Es ist eine eindrucksvolle Reise, die Inselwelt der Ägäis liegt vor dem Schiff. Viele Tavernenbars auf Kreta laden mit Sicherheit großzügig zum Verweilen ein. Und wir bereisen Mykonos, Naxos, Agiaana und damit präsentieren sich diese Reisen beschauliche Buchten und viele antike Schätze. Jahrtausend Jahre alte Baudenkmäler an der türkischen Küste in Bodrum und Kusadasi kann man einfach nur bestaunen. Wenn man Santorini besucht, erhält man einmalige Impressionen. Ich denke da an traumhafte kykladische Architektur, welche ganz besondere Motive bieten. Die blau-weißen Fotos von Santorini sind einfach weltbekannt. Und im Städtchen Marmaris hat man die lange Hafenpromenade, welche in der Vergangenheit ein wichtiger Handelspunkt war in der Antike. Und heute entdecken wir in einer Atol ins Hinterland herrliche Ausblicke auf Landschaften und auch auf die Küste. Ein Muss ist einfach die Besichtigung der berühmten Felsengräber von Kaunus oder eine Bootsfahrt auf dem Koiziges See inmitten einer einzigartigen Landschaft. Diese zeigen und versprechen einfach unvergessliche Momente. Bis Anfang November bleibt das Schiff in der Ägäis zwischen griechischen Inseln und türkischen Fischerstädtchen. Danach macht sich das Schiff auf Richtung arabische Halbinsel. Denn am 18. November erreicht die MS Europa 2 die schillende Millionenmetropole in der Wüste. Dann sind wir in Dubai.